Mit der Schulsozialarbeit wollen wir sozusagen dabei unterstützen, dass man einfach die Schule besser schafft, dass man die Schule besser abschließen kann. Und wenn es halt eben sozusagen schulische Themen gibt, die halt sehr davon abhalten oder halt eben private Themen gibt, die davon abhalten, dann geht es eigentlich darum, dass man halt hier sozusagen versucht, halt entweder hier eine Lösung zu finden oder weitervermittelt wird an Stellen, die dann da besser noch unterstützen können. Also das versuchen wir auch viel mit 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 Schülern und Schülerinnen, die halt eben irgendwo anzubinden, wo die dann halt irgendwie noch mehr Unterstützung bekommen können. Neben der Einzelberatung mache ich auch mit 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 Klassenworkshops. Das kann zum Beispiel zum Thema Lautstärke in der Klasse sein, das kann zum Thema Mobbing sein, oder Kommunikation und Feedback, Prüfungsangst, Vorbereitungsprüfungen oder mit den Mädels und jungen Frauen mache ich eben Selbstverteidigungskurse oder Workshops auch. hmm,